auch immer dasselbe ich habe achtung vorher gesagt ja die synchronisieren ist echt scheiße dass sie sowas mit reingebaut haben ja ist so du vorher gesagt ja geht nicht vom server gehen nicht vom server flo ich häng schon wieder bei 29 gut sind ja die sind großartig vorbei ja großmahlzeit ich weiß nicht da geht da geht ein wecker hallo 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 gut hört mich ja du solltest bei mir weg machen aber ich komme ja nicht auf dem server das ist das problem ja die ex ist offen ja wenn du die nicht auch was kannst du also du kannst dann nach auf online auf den global markt nicht zum reifen jetzt mein fernseher wieder sagt ich habe kein signal es ist mit dem behinderten los ich frage mich bescheid das weiß ich nicht doch aber der ist am wochenende laufbar seiner runde wenn man will mich der scheiß brenzern muss verarschen und wenn man ja wieder das leuchtet ja wieder auf ich frage mich Das ist eine Dingsqualität auf YouTube, ey. Hallo, ich habe den Gold-XB, ich muss richtig reinlaufen, aber jetzt fühle ich mich eher so, ich bin jetzt wieder auf Nuller, also du bist kein Gold-XB-Kandidaten, aber das war jetzt klar, aber jetzt habe ich nur von Nuller an. Ich meine jetzt, wenn wir jetzt der Real-XB-Kandidaten, dann bin ich ja gar nicht zuvor, ich war schon ein bisschen besser, aber jetzt musst du an mich glauben, wenn du den Moment bist, wenn du da vorne stehst, dass du einfach so sagst, du brauchst auf Nuller. Ja? 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 Gucken wir mal, ob wir jetzt nochmal auf den Scheiß